Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Im heutigen Bildbearbeitungstutorial stelle ich dir wieder zwei Bearbeitungen mit einem und demselben Bild vor. Im ersten Teil wird es wieder eine Grundbearbeitung geben und im zweiten kommt dann der Kreativteil hinzu. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Ja, fangen wir einfach mal mit der Grundbearbeitung an und hier natürlich als allererstes den Filter Helligkeit. Hier möchte ich als erstes das Bild mal eine ganze Ecke abdunkeln. Ich finde, das ist deutlich zu hell. Man sieht das auch hier oben am Histogramm. Wenn ich mir jetzt hier mal die Spitzen einblende, dann seht ihr, dass das hier oben alles ausgebrannt ist, auch hier unten. Das ist mir einfach zu viel. Zu Dunkelstellen haben wir aktuell im Bild nicht. Deshalb möchte ich das Bild jetzt hier einfach mal etwas abdunkeln. Hier würde ich sagen, gucken wir mal bei einer gesamten Blendenstufe, wie das aussieht. Das finde ich schon nicht schlecht. Ihr seht, wir bekommen hier oben auch im Himmel Zeichnung. Ich werde das Ganze noch einen Ticken herabsetzen. Wir können mal gucken. So bei minus 1,2 Blendenstufen, finde ich, ist das ganz gut. Auch wenn ich mir das Histogramm anschaue, ich blende das Ganze nochmal ein. Ja, wir haben hier oben immer noch Spitzen, aber wenn ich es zu dunkel einstelle, dann säuft mir hier unten der Teil ab. Und das hier oben ist erstmal nicht so von Belangen. Das Ganze, ihr seht, wir haben hier hinten diesen Tempel. Darauf bezieht sich das Bild. Wir haben diese Linienführung auf den Tempel, indem wir hier zwei Baumreihen haben. Einmal links und einmal rechts von diesem Weg. Dieser Weg ist vereist. Da spiegelt sich hier das Licht von der Sonne hier im oberen Teil des Bildes. Und ich möchte jetzt als nächstes das Bild noch ein bisschen mehr kühler gestalten, dass wir hier so eine etwas bläulichere Stimmung noch bekommen, was das Ganze noch so ein bisschen mehr winterlich wirken lässt. Ich würde sagen, wir gehen hier oben auf der Temperatur so etwa auf den Wert 5200 Kelvin. Irgendwie so in dem Dreh, finde ich, fällt mir persönlich sehr gut. An der Färbung selber möchte ich nichts machen. Wenn ich die hier irgendwie in irgendeine Richtung drehe, das finde ich nicht so schön. Können wir hier auf Minus 2 stehen lassen. Den intelligenten Kontrast werden wir hier leicht anheben. So einen Wert um die 20 finde ich hier ausreichend. Dadurch wird das Ganze zwar nochmal ein bisschen dunkler jetzt. Das werden wir aber über die Lichter und Schatten wieder rausholen. Mit dem Herabsetzen der Lichter bekomme ich natürlich auch oben in den Himmel noch ein bisschen mehr Zeichnung. Aber das ganze Bild wird dadurch auch nochmal eine Ecke dunkler. Und wenn wir hier aufs Histogramm gucken, seht ihr, wie sich das Ganze hier vom Ausgangsbild... Ja, man sieht es leider nicht. Am Ausgangsbild war das ja alles hier drüben auf der rechten Seite. Jetzt sind wir schon fast hier links in den dunklen Bereichen am Anschlag. Ich würde es aber tatsächlich mal hier so stehen lassen, weil wir hier oben doch relativ schön Zeichnung bekommen haben. Im Gegenzug werde ich allerdings die Schatten jetzt auch deutlich wieder aufhellen. Dadurch hält im Vordergrund die Baumreihen wieder oder werden die Baumreihen wieder aufgehellt. Und hier können wir so einen Wert, ja, ziemlich weit oben im Bereich zwischen 70 und 80 einstellen. Finde ich hier sehr, sehr schön. Aufgrund dessen, dass wir jetzt hier oben Zeichnungen in den Himmel bekommen haben und über die Schatten jetzt auch die Baumreihen hier wieder aufgehellt bekommen haben. Hier sieht man schön den grünen Moos, der hier an den Bäumen hochwächst oder an der Rinde am Wachsen ist. Und muss ich sagen, das finde ich so schon sehr, sehr schön. Die erweiterten Einstellungen oder hier die Kurve brauchen wir in dem Fall nicht. Die lasse ich hier einfach mal raus. Ich springe zum nächsten Filter, dem AI Enhancer. Und hier muss ich sagen, den eigentlichen AI Enhancer oder AI Ascent heißt er ja, den Regler brauche ich hier nicht. Wenn ich den hier hochziehe, ihr seht, ja, wir bekommen hier mehr Struktur in die Bäume, aber das holen wir später über andere Filter wieder raus. Was ich hier aber machen möchte, ich möchte den Himmel noch etwas hier anpassen. Ich möchte der künstlichen Intelligenz sagen, seh mal zu, dass du hier noch ein bisschen mehr Zeichnungen in den Himmel bekommst und du siehst auch, ich bewege den Regler hier schon als hin und her und du siehst, dass die Wolken da oben abgedunkelt werden, dass die Kanten etwas ja angehoben werden und dadurch werden die ganzen Wolken hier oben etwas detailreicher beziehungsweise strukturierter dargestellt. Ich würde sagen, wir wollen es aber nicht übertreiben. Wenn ich den Regler hier von 0 auf den Wert um die R40, sagen wir mal zwischen 40 und 50 einstelle, ist das ausreichend, um den Wolken hier oben genügend Zeichnung zu geben, aber das Ganze halt auch nicht zu übertreiben. Wir haben jetzt hier den Wert 45 stehen gelassen. Ich denke, das ist hier ganz in Ordnung. Als nächstes den AI Structure. Auch hier möchte ich an der Struktur des Bildes noch ein bisschen arbeiten. Du siehst, wenn ich es übertreibe, hier selbst bei einem Wert von 50 ist das noch deutlich zu stark. Wenn wir das Ganze hier aber auf so einen Wert zwischen 20 und 25 stellen, dann finde ich, sieht das schon nicht schlecht aus. Ich mache den Filter einmal aus und du siehst, was wir jetzt hier an Struktur in die Bäume und in dieses Geäst hier bekommen haben. Ist ein moderater Wert, der aber eine sehr, sehr kräftige Wirkung hat. Wir könnten das Ganze jetzt hier noch verstärken, aber du siehst, das ist übertrieben. Brauche ich in dem Falle nicht zu machen. Als nächstes möchte ich jetzt noch ein ganz klein bisschen an den Farben arbeiten. Und zwar möchte ich die Dynamik etwas anheben. Nicht zu viel. Du siehst, wenn ich es übertreibe, dann habe ich hier ein viel zu starkes Blau. Das möchte ich natürlich nicht. Aber so einen Wert hier um die, ja, sagen wir mal zwischen 10 und 15 finde ich hier ja passend zum Bild. Und was ich noch machen möchte, ich möchte den Farbstich entfernen und achtet mal auf die Bäume. Die bekommen jetzt, wenn ich diesen Wert hier so auf den Wert um die 40 setze oder sagen wir mal zwischen 40 und 45, so die Natürlichkeit zurück. Die hatten eben einen sehr extremen Blauanteil. Siehst du? Und wenn ich den Farbstich jetzt wieder rausnehme und setze das Ganze hier zwischen 40 und 45, dann bekommen die Bäume wieder so ein bisschen mehr ihrer Natürlichkeit zurück. Das heißt, die Erdtöne, braun, grün, in dem Fall hier orange, kommen wieder hier besser zur Geltung und verlieren oder besser, wir verlieren in den Bäumen unseren Blauanteil. Finde ich persönlich hier sehr gut, wenn ich diesen Farbstich entfernenregler hier auf diesem Wert stehen lasse. Ich möchte eigentlich auch hier oben das Magenta aus dem Himmel haben. Also hier an diesen Wolken sieht man das hier recht deutlich. Was kann ich machen? Ich könnte mir das Ganze jetzt über eine Maske machen und könnte mir das hier alles wegmalen. Will ich aber gar nicht. Wir werden das Ganze hier einfach mal über die Sättigung von Lila und hier von diesem Magenta rausnehmen. Wenn wir mal gucken, wenn ich das jetzt hier noch nach rechts ziehe, da passiert nichts weiter. Das lassen wir mal so. Was mich eigentlich auch noch stört, ist hier oben dieser orangene Fleck. Wenn ich jetzt hier auf Orange gehe und ich ziehe die Sättigung von Orange raus, dann siehst du, was passiert. Schön ist, dass hier unten diese Blätter nicht davon angefressen sind oder nicht, nicht angefressen ist vielleicht das falsche Wort, nicht, ja, da angefasst werden und nicht berührt werden von dieser Entsättigung des Himmels. Ich würde das schon ganz gerne hier bei etwa, ja, minus 55 stehen lassen. Dadurch sticht dieser Punkt hier oben nicht so sehr ins Auge. Auch der Himmel im Ganzen wirkt jetzt deutlich besser. Wenn ich den Filter einmal ausmache, dann sind wir wieder hier angekommen. Sehr viel Magenta-Ton, Lila-Ton hier oben drin. Und wenn ich jetzt hier diesen Filter einschalte, dann sieht das Ganze so aus. Wir bekommen natürlich auch, aufgrund dessen, dass wir den Farbstich hier entfernt haben, hier die Baumreihen wieder deutlich mehr in den natürlichen Look. Gefällt mir sehr, sehr gut mit dieser Anpassung. Und wir können jetzt zum nächsten Filter übergehen. Und zwar, jetzt möchte ich das Bild nachschärfen. Ich möchte die Details herausarbeiten. Und das mache ich, indem ich die kleinen Details hier auf einen Wert von 15 setze, die mittleren auf einen Wert von 5. Wenn ich das nämlich übertreibe, dann sieht das auch wieder so aus. Das ist einfach, ja, das hat noch nicht mal was mit HDR zu tun. Das sieht einfach nur überzeichnet aus. Einen Wert von 5 finde ich so ganz okay. Und bei den großen Details nehmen wir hier auch einen sehr minimalen Wert, irgendwo zwischen 0 und 3, sage ich jetzt mal, oder 1 und 3, zwischen 1 und 5 meine ich natürlich. Wir sind jetzt hier bei 3, das reicht. Jetzt muss ich sagen, finde ich, dass die kleinen Details immer noch ein bisschen zu stark sind. Dann gehen wir hier auch noch mal zurück, setzen das Ganze hier auf den Wert um die 10 und schalten einfach mal den Filter aus. Und man sieht jetzt hier deutlich, dass wir hier an Zeichnung, an Detail, Schärfe hinzugewonnen haben. Als nächstes will ich natürlich das ganze Bild noch schärfen. Hier werde ich jetzt den Schärfegrad auf einen Wert von, ja, sagen wir mal zwischen 50 und 60 setzen. Und ich maskiere das Ganze auch. Allerdings hier nicht bis ins Maximum, sondern wir nehmen hier einen Wert um die 70 oder genau 70. Das passt für mich, für meine Zwecke, so wie mir das Bild jetzt hier gefällt, sehr gut. Ich mache jetzt noch mal den Filter aus. Von hier nach hier. Und ich finde, wir bekommen hier deutlich mehr an Schärfe ins Bild. Ich zoome einfach mal rein. Wenn er das denn macht, jetzt ist er reingezoomt. Wir sind auf 100%. Er braucht einen Moment. Und wenn du mal guckst, das Bild ist auf 100%, wenn er das jetzt hier verarbeitet hat, knackscharf. Jetzt mache ich den Filter einmal aus. Und man sieht das ganz deutlich, dass wir hier einen ordentlichen Schärfeeffekt ins Bild bekommen haben. Passen wir das Ganze wieder an und können jetzt zum nächsten Filter wechseln. Und zwar Landscape Enhancer. Bild rauschen brauche ich hier nicht. Ich habe kein Rauschen im Bild. Das Ganze, ihr seht, Sony Alpha 6300. Das Zeiss 16,70 mm. ISO 250. Da ist noch nichts mit Rauschen. Blender F8, eine 40 Sekunde. Und das Ganze bei 70 mm. Gehen wir wieder zurück. Und wie gesagt, Bild rauschen haben wir hier nicht. Was ich jetzt machen möchte, ich möchte den Dunst hier im Bild etwas entfernen. Wenn ich den regleroße, wirst du sehen, wir bekommen wieder etwas mehr Farbe ins Bild. Du siehst, hier brauchen wir auch den Wert gar nicht so hoch zu stellen. Irgendwo zwischen 10 und 20, das reicht. Und ich möchte die goldene Stunde hier leicht anheben. Dadurch bekommt der Himmel nochmal so einen etwas wärmeren Ton. Allerdings nicht wie eben das zu sehen war, dass wir hier nur einen orangenen Spot haben, sondern wir haben jetzt hier überall so ein bisschen mehr die wärmeren Töne hier zum Vorschein. Und das finde ich auch sehr schön mit diesem Kontrastunterschied hier zwischen dem Blau hier unten und dem Orange hier oben. Auch hier spiegelt sich schön das Orange aus dem Himmel. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ich würde das Ganze hier die goldene Stunde zwischen 25 und 30 stehen lassen. Das ist hier schon fast wieder so eine leichte Geschmackssache. Das kann man auch schon wieder fast ins Kreative nehmen. Ich habe es jetzt mit hier reingenommen. Das passt eigentlich ganz gut. Grün verbessern brauchen wir nicht. Wir wollen die Bäume nicht zum Leuchten bringen. Erweiterte Einstellungen, Laubfarbe. Da können wir mal gucken, passiert da was? Nein, dafür brauche ich natürlich hier diese Grünverbesserung. Und dann passiert hier auch nur minimalst was, aufgrund dessen, dass ich ja diesen Filter oder besser gesagt diesen Regler hier gar nicht so hoch gezogen habe. Das heißt, Grün verbessern zurück auf Null. Laubfarbe brauchen wir in dem Fall auch nicht. Haben wir hier wirklich nur die beiden Regler. Dunst entfernen und goldene Stunde angepasst. Ich mache den Regler einmal aus, dann sieht das so aus. Von hier nach hier. Das ist mit diesen beiden Reglern ein sehr schöner Effekt. Wir bekommen hier nochmal so ein bisschen mehr Blau in das Eis hier, was hier auf diesem Weg liegt. Und können jetzt zum nächsten Filter der Vignette übergehen. Die Vignette möchte ich hier auf die Mitte legen. Deshalb brauche ich mir hier eigentlich nicht die Mühe machen, den Vignettenmittelpunkt hier zu positionieren. Das können wir so lassen. Wir werden das Ganze hier natürlich ins Negative. Also ich möchte es ins Negative ziehen. Ich möchte die Ecken etwas abdunkeln, um nochmal so ein bisschen hier auf den kleinen Tempel hier hinten zu lenken. Das Ganze hier irgendwie so bei minus 30 etwa. Können wir das stehen lassen. Die Ränder haben sich jetzt abgedunkelt. Achte einfach mal drauf. Ich schalte den Filter aus. Und du siehst, dass hier der Rand abgedunkelt wird. Das Ganze führt so ein bisschen auf die Mitte hin. Wir können hier die erweiterten Einstellungen nochmal öffnen und können die innere Helligkeit anpassen. Du siehst, dadurch wird das Bild natürlich wieder eine ganze Ecke heller. Wir müssen hier vorsichtig sein. Ich würde hier wirklich auch nur einen Wert um die 10 nehmen. Ansonsten wirkt das Ganze ein bisschen unschön. Wir haben nochmal hier den Vorher-Nachher-Effekt. Das ist Filter aus. Und das ist mit dem Miniatierungsfilter. Das können wir so stehen lassen. Ja, ich möchte jetzt nochmal aus den wesentlichen Filtern in die Pro-Filter springen und hier am erweiterten Kontrast noch etwas anpassen. Und zwar den ersten Regler hier möchte ich auf einen leicht erhöhten Wert zwischen 10 und 15 stellen. Und die Balance dieses Reglers möchte ich so ein bisschen nach links ziehen. Du siehst, was passiert. Wir verlieren oben im Himmel ein ganz klein bisschen Zeichnung. Ich will den Regler aber gar nicht zu hoch ziehen hier irgendwo bei minus 15. Dadurch verlieren wir nicht ganz so viel hier von den dunklen Elementen. Das heißt, wenn ich die Balance nach links verlagere, dann zählt er die Grauelemente mehr zu den Lichtern und hält die Lichter auf. Das kannst du hier über diese Balance Regeln regeln. Dazu habe ich mal ein Video vor einiger Zeit gemacht, der erweiterte Kontrastfilter. Einfach mal, wenn dich das interessiert, mal in der Playlist schauen oder auch einfach mal nach erweiterter Kontrast Lumina 4 suchen. Da findest du mit Sicherheit das passende Video dazu. Da sind auch die anderen beiden Regler, die ich jetzt hier nicht anwenden werde, auch noch mal ganz genau erklärt. Der nächste Schritt, den ich jetzt durchführen möchte, ich möchte das Bild jetzt als erstes mal auf den gewünschten Ausschnitt beschränken. Ich nehme jetzt hier wieder mal das 16 zu 9, passe das Ganze hier so ein bisschen an, dass der Tempel hier so auf dieser unteren Linie hier verläuft. Wir haben hier auf dieser Schnittkante eine Reihe der Bäume und auf dieser Schnittkante die andere Reihe der Bäume. Wir können das Ganze hier auch noch so ein bisschen nach oben ziehen. Ne, das gefällt mir nicht. Nach unten, dann sitzt der Tempel zu sehr in der Mitte. Ich würde sagen, so finde ich das nicht schlecht. Jetzt sitzt er nicht ganz hier unten auf dieser Linie, sondern etwas da drüber. Und wir sind natürlich mit diesen Schnittpunkten, da wir hier an diesem Beschnitt rechts und links nicht ändern, immer noch auf dieser Baumreihen oder auf diesen Baumreihen, können das Ganze jetzt hier einmal bestätigen. Was mich jetzt, in der Zeit, der das jetzt hier freistellt, was mich jetzt hier noch stört, das sind diese Personen und der Hund hier im Hintergrund. Kann ich machen, klar. Ich nehme hier eine neue Nachbarbeziehungsweise brauche ich eigentlich auch gar nicht. Ich kann hier auf Radieren gehen. Er erzeugt ja automatisch jetzt eine neue Ebene. Und wenn er die Vorbereitung abgeschlossen hat, dann werde ich jetzt hier schauen, dass ich diese beiden Personen und auch den Hund hier aus dem Bild bekomme. Jetzt ist er fertig. Jetzt zoome ich einmal hier rein. Und dann werde ich jetzt hier einmal die Größe anpassen. Brauchen wir gar nicht so viel abzuändern. Lassen wir das Ganze einmal so. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir das jetzt hier Stück für Stück aus dem Bild rausnehmen. Du siehst, das sieht richtig gut aus, was er hier gemacht hat. Das war jetzt nicht ganz so toll. Die Größe noch mal ändern. Gehen hier mal wieder runter. Also das ist jetzt natürlich auch für den Radierenfilter ziemlich schwierig, weil hier zwischen überall diese Baumränder sind. Von daher nehmt das mal dem Baum, äh, dem Baum, ja, dem Radieren nicht übel. Der macht hier einen wirklich guten Job. Das muss man hier auch einfach mal so sagen. Aber er weiß natürlich nicht, okay, was mache ich denn jetzt hier weg? Und er muss ja irgendwo passende Elemente finden. Und hier ist nun mal direkt neben dieser Person sind diese Bäume. Und das heißt, er versucht natürlich hier irgendwo passende Bilder oder besser gesagt passende Elemente aus dem Bild hier darüber zu kopieren. Wenn ich das gleich in der Totalen zeige, werdet ihr sehen, dass das gar nicht so auffällt. Und jemand, der nicht weiß, dass da jemand war, dem fällt es gar nicht auf. So, jetzt machen wir das noch weg. Wenn wir diesen Strich da noch weg, der so ein bisschen andeuten könnte, dass da jemand war. So, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Jetzt zoome ich mal raus. Entschuldigung, das war zu viel. An den Bildschirm anpassen. Und wenn man jetzt hier mal guckt, ja, ihr habt gesehen, was ich gemacht habe. Man sieht das hier. Aber, jemand, der es nicht weiß, und wenn jetzt gleich diese Person weg ist und der Hund hier weg ist, der wird nicht erkennen, dass hier irgendwo eine Person gewesen ist, die wir hier rausgenommen haben. Der sieht zwar hier diese dunkle Ecke, sagt sich aber, okay, da ist irgendwas mit dem Baum gewesen, der ist hier irgendwie, der steht hier, ist vielleicht abgesägt worden oder ist umgefallen. Das kann man jetzt aus der Totalen nicht erkennen. Deshalb würde ich sagen, gehen wir jetzt hier zu dieser Person. Was haben wir jetzt für eine Größe? Ja, so ist besser. Und dann werden wir mal gucken, wie gut er jetzt hier diese Person rausbekommt. Machen wir das mal so. Und dann gehen wir hier nochmal hin und sagen, radiere das auch nochmal weg. Und das sieht sehr gut aus. Und dann schnappen wir uns noch hier den Hund. Denn auch der Hund erinnert daran, dass da jemand gestanden hat. Jetzt habe ich hier den Vogel leicht mit in die Auswahl genommen. Das möchte ich nicht. Da müssen wir ein bisschen vorsichtiger arbeiten. So. Und dann machen wir das Ganze so. Schauen wir mal, was er uns jetzt anbietet. Sagen radieren. Mal gucken, gucken wir mal, was er macht. Das sieht ganz gut aus. Wenn ich jetzt wieder rauszoome, dann sehen wir hier nicht oder bekommen wir nicht das Gefühl, dass hier irgendwas jetzt verändert worden ist. Klar, ihr seht das, ich sehe das, dass hier das ein bisschen merkwürdig aussieht. Aber jemand, der das Bild nicht kennt, der wird nicht sagen können, hier war mal eine Person. Was mich jetzt hier noch so ein bisschen stört, das ist hier so im Vordergrund, das sind hier diese Holzelemente. Das ist auch das hier. Was mich so ein bisschen stört. Und das hier. Diese ganzen dunklen Flecken im Bild. Die werden wir jetzt alle noch rausnehmen. Auch hier dieser Ast stört und das stört mich hier auch. Und dann nehmen wir auch diesen, diesen und diesen Flecken noch raus und den machen wir noch weg. Und dann sagen wir jetzt radieren. Das wird er einen Moment brauchen. Und wenn er fertig ist, dann hoffe ich, dass man jetzt nicht erkennt, dass hier was passiert ist. Normalerweise macht das Radieren-Werkzeug ja seit dem letzten Update einen super Job. Das haben wir ja eben auch hier gesehen, dass er wirklich gute Arbeit geleistet hat. Und hier oben ist er zumindest schon mal fertig. Hier unten sagt er, Bild wird verarbeitet. Und ich würde sagen, wenn wir uns das Ganze jetzt hier mal so anschauen, diese ganzen Punkte sind verschwunden. Hier dieses Geäst hat er rausgenommen. Wir können jetzt hier auf Fertig klicken. Dann radiert er nochmal, oder zumindest zeigt er das hier oben, dass er jetzt am Radieren ist. Das heißt, wir haben das jetzt so übernommen. Wenn das Ganze jetzt hier um fertig ist, so wie jetzt, dann ist auch hier unten das Bild ist in Bearbeitung oder wird verarbeitet. Elementen nicht mehr eingeblendet. Und wir sind wieder auf unserer Ebene beziehungsweise das ist jetzt natürlich eine Extra-Ebene. Die wurde zwar hier, Bild-Ebene wurde gelöscht. Ich glaube auch hier stimmt das nicht so ganz mit der Bezeichnung. Wir könnten das Ganze jetzt hier noch mischen. Brauchen wir alles nicht. Wir haben auf dieser Ebene nur diese ganzen Elemente entfernt. Ich mache das mal wieder zu. Ihr seht, wenn ich auf diese Ebene wechsle, dann ist das alles natürlich wieder da. Springe ich auf diese Ebene, verschwindet das Ganze alles. Ja, das ist meine Grundbearbeitung. So würde ich das Bild lassen. Wenn ich jetzt hier auf dieser Ebene nochmal hin und her springe, hier seht ihr die Original-Ebene, wo wir nur die Anpassungen hier durchgeführt haben. Die Grundbearbeitung in dem Sinne. Und hier der Teil, wo ich die Elemente entfernt habe, die mich stören. Ihr seht, ja, hier, da steht diese Person. Wir wissen das. Zeigen wir dieses Bild jemand anderem. Der wird das nicht hier herausfinden, dass hier eine Person gewesen ist. Ja, das ist meine Grundbearbeitung. Jetzt springen wir zur Kreativbearbeitung. Ja, was habe ich mir hier überlegt? Was möchte ich machen? Also, ich kann mir bei diesem Bild sehr, sehr gut vorstellen, dass das so sonnendurchflutet ist, so ein bisschen mit Nebel und mystisch versetzt. Und das möchte ich jetzt hier mit diesem Bild mal erzeugen. Wir fangen an und werden hier im Kreativteil mal die Sonnenstrahlen hinzufügen. Dafür werde ich mir hier einmal dieses Sonnenzentrum platzieren. Und ihr seht das immer, es ist hier oben an diesem Punkt gesetzt. Und ich möchte das Ganze in etwa hier so direkt über diesem Tempel haben. Wenn wir das gleiche, wenn wir jetzt hier die Anpassungen durchgeführt haben, eventuell nochmal umplatzieren, dann müssen wir mal schauen, wie das dann am besten hinterher aussieht. Die Stärke dieses Filters oder die Stärke der Sonnenstrahlen möchte ich hier etwa auf so einen Wert zwischen 25 und 30 Stellen eher Tendenz Richtung 25, damit das nicht ganz so hoch wirkt. Den Gesamteindruck lasse ich hier bei 50 stehen. Die Länge der Sonnenstrahlen möchte ich hier allerdings auf ja können wir so so lassen. Das finde ich schon gar nicht so schlecht. Also hier die Länge der Sonnenstrahlen auf 77 gestellt und hier die Penetration werden wir auch anheben. Können wir hier so auch so einen Wert ja um die 50 Stellen, das passt ganz gut und das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Erweiterten Einstellungen brauchen wir hier in dem Fall nicht. Das passt auch so von der Temperatur her gefällt mir das sehr sehr gut. Heißt erweiterten Einstellungen können wir hier zumachen. Jetzt müssen wir halt nur noch mal schauen, dass wir das Ganze hier irgendwie vernünftig platzieren und so eventuell wollen wir das zu hoch setzen das hier hinsetzen ne ich würde sagen wir gehen eher hier auf diesen Wert das finde ich nicht schlecht das strahlt hier schön in diese Allee rein was ich allerdings machen möchte ich möchte hier einmal radieren und zwar Deckkraft 50 das können wir ruhig etwas runterstellen Weichheit können wir auch etwas absetzen hier hier sieht man noch diese Sonnenstrahlen die möchte ich hier gar nicht drin haben deshalb radieren ja ist drin möchte ich die aus diesem Bereich raus haben möchte tatsächlich dass die Sonnenstrahlen nur bis zu diesen Reflektionen hier gehen und wirklich nur ganz minimal vielleicht noch hier so ein bisschen den Schein hier rüber bringen jetzt müssen wir mal gucken müssen wir hier noch irgendwas an den Bäumen verändern nö das sieht sieht eigentlich ganz gut aus hier ist auch nichts was irgendwo nicht so gut aussieht dann können wir hier einmal kurz maskieren uns anschauen hier möchte ich noch ein bisschen mehr weg haben hier unten das ganze hier so lassen machen das maskieren aus bestätigen das ganze und jetzt gucken wir uns mal vorher nachher an gefällt mir persönlich sehr sehr gut wir haben hier sehr sehr schöne Reflektionen drin die Sonne sieht sehr gut aus hier das passt soweit alles also finde ich und können jetzt zum nächsten Kreativteil übergehen jetzt werden wir hier einmal auf mystisch wechseln werden die Stärke dieses Filters hier auf etwa die Hälfte hochziehen hier um die 50 plus minus das ist nicht weiter schlimm den Schatten werden wir hier etwas hochziehen du siehst was passiert dadurch wird das ganze hier noch eine Nummer heller nicht zu hell hier können wir ja so ein Wert zwischen 30 und 35 einstellen wenn ich den Filter jetzt einmal ausmache siehst du wir bekommen tatsächlich hier noch so einen Schein rein gefällt mir sehr sehr gut und als nächstes möchte ich jetzt zum Leuchten wechseln hier möchte ich die Stärke auch etwa sagen wir mal so zwischen 40 und 50 einstellen allerdings hier muss ich gleich eins sagen im Modus sanfter Fokus das ist mir jetzt deutlich zu viel des Guten und dafür werde ich jetzt auch die Helligkeit hier noch herabsetzen und zwar ganz gewaltig hier ist so ein Wert minus 80 plus minus 1,2 ausreichend gefällt mir so in dieser Konstellation sehr sehr gut wir bekommen natürlich durch diesen sanften Fokus hier hinten schimmert dieser Tempel immer noch deutlich durch aber es bekommt natürlich auch diesen Effekt wenn du gegen die Sonne guckst dass du das nicht mehr so wirklich richtig scharf und kontraststark siehst was ich jetzt allerdings noch mal machen möchte das werde ich hier über eine neue Nachbarbildungsebene tun ich möchte noch einmal im Helligkeitsfilter hier eine kleine Anpassung durchführen und zwar möchte ich die Weißtöne hier etwas abdunkeln und die Schwarztöne im Gegenzug etwas aufhellen alles so im Bereich um die 20 dann möchte ich hier die Belichtung ganz minimal herabsetzen so ein Wert minus 0,2 Blendenstufen in etwa und die Schatten ganz leicht noch aufhellen hier so ein Wert zwischen 10 und 15 das gefällt mir persönlich so ganz gut jetzt können wir tatsächlich auch noch mal schauen ob wir vielleicht noch einen Ticken weiter abdunkeln sagen wir mal so 0,2 0,3 Blendenstufen schauen uns das Ganze jetzt einmal an wenn wir den Filter ausmachen ob das vielleicht schöner aussieht nein also mir gefällt auch die Variante besser dadurch ist das Ganze hier nochmal etwas abgedunkelt und wenn ich jetzt einmal hier aus dem vorher Bild zu dem Bild wechsle dann sieht man hier deutlich was da passiert ist auch wenn ich den Filter einfach mal komplett ausmache und auch diesen Filter hier ausmache dann siehst du da ist schon deutlich was also eine Veränderung aus der Grundbearbeitung die ja sehr sehr detailreich sehr sehr strukturreich ist und dann durch diese ja Kreativbearbeitung die wir hier hinzugefügt haben die Personen sind weg ich werde euch jetzt nochmal beide Bilder hier einblenden also die Grundbearbeitung und auch den Kreativteil und ihr könnt dann wieder in den Kommentaren abstimmen welches Bild euch besser gefallen hat ich bin am Ende des Videos angekommen ich hoffe es hat dir gefallen und du konntest wieder einige nützliche Tipps und Tricks oder neue Informationen für dich mitnehmen wenn dem so ist würde ich mich sehr darüber freuen wenn du dem Video einen Daumen nach oben da lassen würdest ist das jetzt das erste Video was du dir von mir anschaust dann vergiss bitte nicht den Kanal zu abonnieren und die Infoglocke zu aktivieren jedes Mal wenn ich dann ein neues Video hochgeladen habe bekommst du eine Information darüber bist du auf den Geschmack gekommen und möchtest ebenfalls mit Lumina 4 arbeiten dann schau doch mal in die Videobeschreibung dort habe ich dir einen Link hinterlegt über den du das Programm beziehen kannst das Ganze ist ein Affiliate Link du musst nicht mehr dafür bezahlen ich bekomme aber eine kleine Provision wenn du über meinen Link dir das Programm zulegst auf diese Art und Weise hast du die Möglichkeit mich und meine Arbeit hier auf dem Kanal ein klein wenig zu unterstützen außerdem gibt es noch den Rabattcode Björn der ist in der Videobeschreibung nochmal hinterlegt mit diesem Rabattcode kannst du nochmal 10 Euro auf das Programm sparen ich sage Dankeschön Dankeschön fürs Zuschauen hoffe du schaust auch mal bei meinen anderen Videos vorbei und wünsche dir einen schönen Tag einen schönen Abend oder einen guten Morgen und freue mich dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen Ciao Ciao